Oh, was anstrengend, ja. Ja, was ist das? Ich hab gar kein Bürger, kein Verteidiger, oder? Hä, echt so? Ich bin auch nur ein Recruz. Die Party danach war auch recht hart. Ja, ja, glaub ich. Ich hab nur dieses Drei-Sekunden-Video gesehen, wie Andy einfach so durch die Kamera fällt. Ah, übel. Ja? Was hab ich denn dabei? Ich hab Schacheldraht dabei. Oh! Der Typ war ein dicken Tag. Bambus-Alarm. Äh, äh, ne. Ja, übel. Fuck. Ich hab Bambus, ich hab den gesetzt. Schacheldraht. Das ist B. Ey, what the fuck, Alter, was geht grad mit meiner Ping? Ich hab Bambus, ich hab den gesetzt. Schacheldraht. Ah! Ich kann mich nicht bewegen. Alter, das ist richtig scheiße grad. Party-Karte. Ja. Oh, fuck! Nein! Ja. Hab hier so ein geiles Schild aufgestellt. So ein Scheiß. Weil die ist das schöne Schild an, Alter. Kann ich jetzt nach-join nochmal, oder? Hey, hab ich rausgeflucht. Ja. Hah... O Alright... Soll ich mir jetzt schon irgendwas holen, weil jetzt hab ich 625? Ja, hold ja auch einen. Ja, wär ich jetzt am besten? Oder... Das ist gut. Natürlich auch scheiße, dass viele draußen, Alter. Okay. Aber ich kann mir jetzt eigentlich alles mögliche holen. Ich glaube ich hol mir einfach die... ...die Ashe da. Nein, die haben wir alle schon. Achso. Ja. Keine Ahnung. Ähm. Moment. Moment. Äh, äh, äh. Ich hab keine Immo mehr, was mach ich jetzt? Wo gibt's die, wo gibt's die Immo? Ich hol mir einfach JFT-2 wahrscheinlich. Äh, ähm. Ich hab, warum hab ich auf dem Boot und hier eine Verstärkung hingesetzt? Das ist nass. Einheit sieht auch krank aus. Schild eingesetzt! Feindlicher Angriff. Die Geisel absichern. Ich hab keine Immo mehr, Durie. Was mach ich jetzt? Wo? Ah. Ich hol mir diesen... Hat jemand diesen... ...Vermite da? Ja, der ist gut, den. Den haben wir noch nicht. Hä? Ja, Durie, du hast sowieso alle. Achso. Hey, du hast echt alle? Aber was wird gut für alle. Oder ich kann mir auch diesen Therese geholen, da. Oh, von beiden Seiten, Alter. Oh, shit, Mann. Die Feindkämpfer sind eliminiert. Ich glaub, es ist schlecht, wenn wir uns alle nur hier in dem Raum aufhalten, oder? Ja, aber jetzt sind wir schon alle drin. Naja. Was? Vier Wellen, Alter, du Scheiße. Die kommen bestimmt nachher auch noch durch die Decke, oder so. Achso. Ja, die können ja auch nur durch die Fenschau kommen. Ich weiß sie schon da vorne, oder? Komm von da, glaub. Ne, von da. Ups, dann. Ups, dann. Auf, komm, weg. Schau, komm. Ups, dann. Ups, dann. Ups, dann. Ups, dann. Ups, dann. Scheiße, man. Ups, dann. Ups, dann. Ey, könnt ihr mich jetzt nochmal einladen, oder? Ich probiere den jetzt nicht. Ich weiß nicht nicht, ob das geht. Ich glaube nicht, ob das geht. muss kurz einlöst das ist so ein juggernaut draußen ist so ein juggernaut ja der kann ich nicht durch das loch hier durch ausschütter die schießen durch das loch ich habe nur noch 3 hp ich wechsle das magazin die bedrohung wurde eliminiert ja ich kann ja noch ein bisschen besser machen ok Feindlicher Angriff. Die Geisel absichern. Jaja, ich will erst mal Mundi nachleeren. Fuck, einer von uns getroffen. Feindlicher Angriff. Fuck, 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 fuck. Hab einen. Shit, ich bin down. oh fuck Dankeschön Okay, nice Dankeschön Das ist gerne total cool If we're home with you institute Ja, hier ist ein Angreifer. Ok. Was haben wir? Wauten? Ja, ich weiß. Da kann Wendetzer stehen. Wo ist denn das? Ist das Haus hier, oder? Nice. Ich bin schon drinnen. Ist das schlecht? Echt? Oh, oh. Da sind schon welche. Meine Munition ist leer! Ich scanne nach Elektroik! Ok, perfekt. Wo? Echt? Wo da vorne? Oh, fuck! Oh, sorry, sorry! Ey, da kamen Schüsse von hinten, Alter! Ich war voll erschreckt, ja! Ich bin leer! Alter, Frame drops dann. Bombe lokalisiert. Zu ihrer Position begeben und den Entschärfer platzieren. Ich bin leer! Nachladeproder! Elektronik Scanner aktiviert. Ich überprüfe den Umkreis. Gibt es irgendwie hoch? Oh, Mann! Ah doch! Ah doch! RAP, äh, ja! Wow, was schreien die da so an, ey. Achso, fährst du so'n Kirchen. Aber ich komm hier nirgendwo voran. Das war nicht so schlau, wie komm ich hier wieder raus? So, wo sind denn die diesmal? Oh fuck, da sind schon wieder diese scheiß Gitter. Die Map hier haben wir auch auf der Gamescom gespürt. Da vorne ist C4. C4, C4. Wo? Okay, das ist wahrscheinlich du. Ist der AFK oder was? Ne, das ist dieser Skinny hinter uns. Achso. Ach schon wieder dieses scheiß Zeug. Ist auf dem Boden, riecht so auf. Oh mein Gott, ich hab die Bombe gefunden. Nice. Aber da sind welche, oder? Oh fuck, ich wurde geblendet. Ich seh nichts. Das hat ne Blendkaner, der ist so an sich. Ja. Boah. Elektronik Scanner sucht. Fuck, Alter. Bombe lokalisiert. Oh fuck, Alter. Was ist denn da ab jetzt? Schön. Keine Ahnung, da war schon wieder C4. Ich glaube, ich bin nur einmal durch einen Typ gestorben und immer nur durch C4. Hehehe. Oh fuck! Ich auch schon wieder in C4. Vorsicht! Ach. Ne, ich muss mich an die... Ich suche nach Elektronik. Bombe aufgeschrieben. Ja, ich, ich seh's grad. Sieht voll nice aus. Aha, voll geil. Hehehe. Ja. Ja, bei dem... Ja, mach doch einfach. Wenn es eine Batterie hat, dann finde ich... He, das schafft... He, das schafft ihr. So, lehrt mich. Ich habe eine Bombe gefunden. Unscheinend. Elektronik Scanner sucht. Elektronik Scanner aktiviert. Dann finde ich es! Da ist schon wieder C4. Elektronik Scanner aktiviert! Ah, ja, voll nice. Dann finde ich es! Ich glaube, es bräuchte auch. Boah. Nice. So wie du wohnst hier doch? Hm. Was macht dieser Typ? Was macht der eigentlich, alter? Ey. Ja. Ja. Ja, schon. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Die Feinde hat ihn entschärfer lokalisiert. Oh shit, Alter, das ist krass. Die Feinde hat ihn entschärfer lokalisiert. Jawoll, durch. Zerstör sie. Der Feinde hat ihn entschärfer lokalisiert. Oh, da ist er, ja. 5, 4, 3, 2, 1, puh. Oh, das ist nur noch 3%, gell? Er hat nie überlebt immer. Eine Kugel und du bist tot. Ja. Entschärfer erhalten, zu Bombenstandort begeben und das Gerät entschärfen. Äh, jetzt... Ich gehe jetzt voran. Elektronik Scanner aktiviert, wenn es eine Batterie hat. Ich habe eine Bombe aufgeschrieben. Ich kann dein Kamerading verwenden, Andy. Aber du hast es mitten in der Pampe abgestellt. Hä, wie das? Ja, aber der hat es mitten in der Pampe abgestellt. Klingt auf dem Dach irgendwie, wie kann das sein? Äh, ne. Irgendwie so im Gras. Hm. Durch das Garagentor da, ne? Und auch dahinter gehen, du hast nicht so viel Leben. Was? Hä, wieso kann man sich nicht so regenerieren? Das ist voll krumm. Äh. Ja, okay. 30 Sekunden, bis die Bombe entfernt wird. Gibt es eigentlich... Oh. Aber gut dahinter steckt. Gibt es eigentlich auch irgendwo irgendwas, was du durch alle Wände kannst, wo man so übelst die Löcher reinreißen kann. Ich setze einen Black-Style an der Hals. Nice. Wow, 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 wow. Einfaches Brauchball. 5. Oh, nein. Ja, haha. Aber nice. Nice. Oh, du, okay. Bam, 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 bam. Naja, das ist echt nice. Ich glaube, es ist so cool. Ich glaube, es ist so cool. Ah, klar. Aha. So, was kommt jetzt? Ah. Oh, ich komme ja noch. Irgendwie... Oh, jetzt kommt die 8. Ach, wie ist es mit diesem Terminatorangreifer, gell? Aber das Schiff ist geil. Ich glaube, es ist so cool. Ich glaube, es ist so cool. Okay, Leute. Wir sind hier in einem... ...und ein Stunken-Belt in der Arktik. Ist das Video da von diesem Tybler, das ich dir... ...das so übelig kommentiert wäre, wie wenn er im Krieg wäre. Ey, wo ist hier ein U-Boot, Alter? Wie in alten Zeiten. Start. Einmal voll laxed. Hier nochmal 23. Ah, ja. Hä? Andy, du hast auch nicht so ne gute Verbindung kann das Land. Ja, ich habe gerade sowas ja voll laxed. Kann auch. Genau. Oh, gleich der größte Gegner, Alter. Von da runter? Ja. Du hast nichts, oder? Ja. Ich habe irgendwas gerade gehört. Wow. Ich deck deinen Rücken einfach. Andy. Hört sich gut an. Ist voll die geile Villa. Ich höre das geile Rot. Ja. Oh, gefreht was hier. Du bist der Kroos. Oh, Tatalger. Ja. Au. Oh fato kein Baum. Mäsche. Oh mein Gott. Weg da! Oh ja. Abwinden. Lichtkontakt. Wir müssen Geisel sicher. Ist ja noch ein anderes Weg, oder? Die fallen alle runter. Geisel gesichert. Geisel muss evakuieren. Schon wieder CP. Ist das nicht? Ist mein Ernst? Ich bin wieder wegen CP gestorben. Ah, Mann! Ist voll ärgerlich, gell? Ich muss kurz nachladen. Da! 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 Meine Munition ist leer! Nice. Evakuierung erfolgreich. Gute Arbeit. Jo. Ja. Sieht schon mal aus. Ich kaufe jetzt erstmal noch einen neuen Rekrut. Achso. Ja, dann haben wir was nachher, oder? Ja. 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 Ja.